Hallo, herzlich willkommen zurück bei Borderlands. Ja, nur Borderlands. Und wir geben irgendwas ab. Ja, genau. Wir haben ja gerade doch erfolgreich Sledge... Sledge... Safehouse ausgeräumt. Sledgehammer! Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Ach, das kennt doch keiner mehr. Sind wir doch mal ehrlich, das kennt doch keiner mehr. Na ja, ein paar vielleicht. So, aber ich kenne dafür noch... Ja, was kennst du noch? Ich kenne dafür noch den Titelmelodie, das Musikvideo. Da waren ganz viele Früchte dabei. Okay. Das war so ein... Kann man Stop Motion Video sagen? Kann man. Kann man bestimmt. So, ich hoffe, wir fahren richtig rum. Fahren wir richtig rum? Oh Gott, das war zu Zeiten, da gab es den Wurde zu empfehlen sind noch. Oh. Ach Gott, wo? Also, ja. Da müssen wir gar nicht hin. Ich sehe gar nicht. Aber so gar nicht. Wir müssen hier lang zum Abgeben. Au. Ja. Ui. Ich fahr mal einfach richtig... Nee, ich glaub, das war dumm. Dann fahren wir hier lang. Hey, Hilfe! Dann fahren wir hier lang. Und jetzt ist es doch wieder da oben. Ach, jetzt verarscht mich das Spiel aber. Ich sollte einfach nicht Auto fahren. Ganz einfach. Da oben. Okay. Okay. Ich weiß auch, im zweiten Teil später hat man dann auch viel mehr Möglichkeiten mit den ganzen Autos und so. Deine bisherigen Aufgaben waren noch leicht zu lösen. Ach, schön. Du wartet mit Sledge eine echte Prüfung auf dich. Unterschätze ihn nicht. Okay. Na, wenn sie auch immer, wer auch immer das sagt. Es ist ja... Es tut ja nichts zur Sache, wer sie ist. Sehr vertrauenswürdig immer noch. Ne, ich glaub, dann können wir schon direkt loslegen. Ja, dann legen sie los. Dann lege ich mal los. E, nicht F. Hä, was? Oh nein! Oh, die... Oh, wir können... Ja, wir können tatsächlich noch Quests annehmen hier. Ich glaub, das sollten wir tun, bevor wir das... Oder wollen wir erst in die Mine? Ich... Weiß nicht. Ich... Ja, möglich. Vielleicht enttäuscht. Ja, okay. Na ja, wir sind jetzt eh einmal hier, ne? Ja. Dann können wir auf dem Rückweg die anderen Quests noch annehmen. Ich bin ja auch so eine, ich möchte gerne nach Möglichkeit alle Quests, äh... Erledigt haben. Wenn es halt nicht grad so wiederholbare sind, dann... Das ist klar, dann geht's nicht. Äh, ne, hier sind ja Automaten. Ah. Er schießt sie? Nein, er schießt sie mal nicht. Hat's wehgetan? Musst du noch irgendwie Money kaufen oder so? Nö, nö, nö. Hab vorhin alles erledigt. Oh. Ich treff halt wirklich nichts. Ich weiß nicht, was das heute ist. Lade noch. Nein, lauf doch nicht davon. Was ist er denn für einer? Okay. Und da hinten kommt schon der nächste. Oh, hoch. So, was haben wir hier? Ach, Leute. Okay. Oh. Okay, bitte. Wie kann man nur so schlecht schießen? Das geht schon. Ja, ja, merk ich schon, merk ich schon. Ich guck mal, ob hier noch irgendwie Muni drin ist. Bitte was? Seht ihr das an? Hier ist eine Kiste, da ist, was ist hier noch drin? Dinge, Dinge sind hier drin. Tut immer gut. Voll, immer alles voll. Voll richtig. Ja, ne? Hier ist zur Abwechslung mal was leer. Obwohl da auch was drin ist. Oh, guck mal, hier sind noch Spinnen, sehe ich gerade. Oh. Ja, okay. Bin jetzt wieder. Ja, da oben hoch ist aber richtig, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Na, wo seid ihr denn alle? Als ob hier keine Gegner sind, bitte. Ja, gut, dann plündere ich den halt alles leer. Ist voll in Ordnung. Oh, nice. Oh. Ein Medikid. Ein Medikid habe ich echt so viel Gesundheit verloren. Weil wirklich viel Gesundheit habe ich jetzt auch noch nicht. Da sind sie. Ah. 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 Okay, okay, okay. Oh. Ah. 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 Boah, irgendwie hätte ich mal meine alte Schrottwinde behalten sollen. Ich lad mal nach. Ja, mach mal. So, wo bleibt denn Ihmchen hier? Der kommt schon noch, wenn er will. So, Medi-Kit, Medi-Kit, nirgendwo, ne? Dann nimmt er Musik. Dramatische Musik. Ist hier vielleicht ein Medi-Kit drin? Das wäre wirklich hilfreich. Nö. Einfach nur nö. Nö, warum auch? Oh, rote Kiste. Nee, nicht so. Nimmst du nicht? Ah, du hast doch schon genommen. Oder was meinst du? Ja, ja. Ja, nee, nimm nur. Hör doch auf. Ja, ja, nachladen. Wird gemacht, wird gemacht. Oh. Nein, warum hast du mir den nicht gelassen? Jetzt musst du mich aufheben. Entschuldigung. Hm. Hm. Na gut. Doch mal. Boah, diese Gebühren. Frech. Okay, jetzt aber nochmal Muni kaufen. So. Diese Biester. Guck mal, wir haben hier Lot übersehen. Oh, richtig viel Lot. Oh. Naja. War ein bisschen Geld. Da wir gerade gestorben sind, können wir es gebrauchen. Wir sind jung und brauchen das Geld, Andreas. Naja, teilweise kann ich dir pfeifen. Ja, ja, ich weiß. Du bist ja nicht jung und so. Ah. Okay. So, nochmal das Ganze. Ne, lauf doch nicht weg. O. Ne, lauf doch nicht weg. Ui, ui, ui. Weißt du, was mir da ein bisschen fehlt? Ne, was denn? Feinde markieren. Wollen wir mal ein bisschen ausspülen und markieren? Ach so. Ja, ja, okay. Boah, wie treffe ich den denn? Au, au. Ich hänge fest, okay. Boah, ich mache dem ja gar keinen Schaden. Ich treffe auf jeden Fall nicht seine Schwachstelle. Ah, du hast ihn. Sehr gut, sehr gut. Oh. Was ist denn das? Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden mit meinen Waffen. Und mit mir, aber gut. So, da ist er nämlich gerade rausgekommen. Oh, Waffenkiste. Na ja. Ja, kannst du es ruhig nehmen. Ich glaube, ich bin eh ziemlich voll. Oh nö, oh nö. Na, wo sind sie denn? Ich bin hier. Da. Nee, nee, nicht sie. Oh, da leuchtet noch was grün. Ich kann ja nicht anders, ne? Nichts. Nichts war da dran. Oh, kann ich? Kann ich? Kann ich? Oh. Hm, das war gar nicht so schlecht. Ach, du bist da oben drauf. Okay, cool. Ja. Und jetzt ist niemand mehr da. Oh. Da kommt bestimmt noch mal so ein Ding. Oh, noch mehr Schränke. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir hier durch die Mine? Ich gucke mal kurz. Sagt die Karte. Ja, die Karte sagt, wir müssen hier durch. Okay. Ähm, nicht gut. Oh, die Granate. Ah. Danke. Na, also. Macht ja eh weh zum Nachladen. Ja, manche Waffen brauchen irgendwie so lange, ne? Na, hier kommen doch eh schon wieder welche. Wir wissen es doch. Oh, da liegt ein Medikit. Ja. Ja. Er schießt sie. Nein, da oben ist noch einer. Nee. Nee. Nee, da oben war einer. Nur noch zu teilen. Hm, hm, hm. Hm. Oh, was ist los? Ja, das wüsste ich auch können. Na ja, das ging doch. Das ging doch. Bisher alles überschaubar. Ja, ja, bei dem Endgegner wird es dann aber wahrscheinlich heftiger. Vermute ich. Das ist aber eine interessante Tanzhaltung hier. Hä? Bei mir liegt er da. Zwar etwas komisch, aber er liegt nur da. Ja, ja. Huch, huch. Okay, kein Loot oder so hier hinten. Okay, warte, ich gehe einmal da in das Gebäude rein. Das interessiert mich nämlich. Warte mal. Hä? Achso. Oh, oh. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Oh, oh. Oh, aua. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, willst du respawn oder geht's wieder? Jo. Lippe nochmal hinten. Boah, das sind aber auch so ein paar. Ah, der stirbt! Bist du schreit, bevor wir nicht kochen? Du hättest niemals hierher, komm, Jürgen! Level Up! Sehr schön! Oh, Huchte ist aber schön geflogen! So. Ne, Loot hab ich hier nicht gesehen. Ich werd mal ganz schnell den Punkt verteilen. Ja. Komm, dann leveln wir einmal den Bloodwing komplett auf. Sehr gut. Möchtest du da runterspringen? Ne. Ich bin aber jetzt hier runtergefallen und jetzt häng ich hier fest. Oh, nein! Äh, schau einfach nicht. Und schon wieder Gebühr bezahlt. Ja, na klar. Wo muss ich denn jetzt hin? Da. Ich eile, glaube ich, hoffe ich. Naja, könnte ich. Doof. Wollt grad noch umdrehen und dann bin ich da runtergerutscht. 3200 an Gebühren. Frech, richtig frech. Bei mir kostet es nur 1500. Ja, das kommt immer drauf an, wie viel du hast. Das wird dann... So ein Prozentsatz von dem, was du hast, wird dann abgezogen. Achso. Ich hab mal was getroffen. Ich hab mal was getroffen. Ich lad mal nach. Also. Gibt's ja nicht. Oh Gott. Da ist doch noch einer. Ja. Ja. Wo ist das? Oh. Das hat sicher weh getan. Dieser kleine Frechdachs. Mann. Ja, aber echt. Oh. Rote Kiste. Was? Die Shotgun ist besser. Moment, ich tausch mal eben. Zu meiner Shotgun. Für mich? Ganz sicher? Hahaha. Ja, ja. Ganz sicher für dich. Ganz, ganz sicher für dich. Hä? Er hat gesagt, für mich? Ganz sicher? Und ich hab gesagt, ja. Ganz sicher für dich. Achso. Ja. Danke. Mach die wirklich nicht. Ja, mach sie. Dann kommt die weg. Und das ist... Ist das ein Shotgun? Ja. Okay. War noch was hier irgendwo? Glaub nicht. Na dann. Oh, das ist aber nett. So, dann gönne ich mir aber auch mal eben das Verkaufen. Nee, komm, die war nicht so gut weg damit. Nee. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Die eventuell. Die probiere ich mal aus. Aber das behalte ich. Das behalte ich. Okay. Ja, schon fertig? Ja. Okay. Das kommt zu glauben, ne? Dass ich mal schnell bin mit meinem Inventar. Aha. Alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Sledge. Weit dürfte der ja nicht mal sein. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Na, wo ist das? Ich wollte ja schon mal die schöne Aussicht genießen, die gar nicht so schön ist. Das ist ein Monstrum. Es hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Äh, okay. Ja, wunderbar. Ach, da geht's lang. Okay, oh. Ähm. Okay. Das ist mir die Nase. Die Nase vor der Tür zugegangen, genau das wollte ich sagen. Oh. Okay. Ah, hier ist es. Okay Scheiße Ja genau Wo ist er denn da hinten? Ah, was, was? Oh nein, ich auch Ich schiebe Okay Vorher sage ich, ich schieße einfach irgendwie Ich komme schon, ich komme schon Okay Ach, das gibt's ja noch Oh, das gibt's nicht Nein! Scheiße Ja, warum? Ja, I've been down. Also down, down. Ja. Ich schieß einfach ins Schwarze. Oh, auch im Respawn? Ja. Ja, okay. Hey, we have them here. Scheiße. Aber er ist gleich down. Äh, ja, ja, ja. Keine Munition. So, hervorragend. Okay, so das. Oh. Puh. Ja, war doch easy. Ja, boah. Hat irgendwie geklappt, ne? Klar. Du wüsstest sicher gern, was das ist. Ich sagte ja, die Kammer existiert. In dieser Zeit und an diesem Ort. Was du in Händen hältst, ist der Schlüssel zur Kammer. Zumindest ein Teil davon. Aha, wir haben jetzt also ein Teil vom Schlüssel der Kammer. Das ist doch schon mal nett. Oh. 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 Es wurde über ihre Ankunft auf Pandora und ihre Suche nach der Kammer informiert und darüber, dass sie umgehend begonnen haben, die Einheimischen zu töten. Dieser Planet untersteht der Atlas Cooperation. Und jedes eridianische Artefakt gehört Atlas. Der Besitz eines solchen Artefakts zieht hohe Strafe nach sich. Ich fordere Sie auf, sich am nächsten Lands Außentosten zu stellen und alle etwaigen Informationen oder Artefakte zu übergeben. Betrachten Sie dies als erste und letzte Warnung. Das war aber schon die zweite. Zählen ist nicht so dein Ding, ha? Ich hab da gar nicht zugehört. Die will, dass wir uns stellen. Weil wir ja böse sind. Ich liebe es, dass er immer so einen Spaß dabei hat. Ähm. Da müssen wir gar nicht hin, du. Okay. Oh. Uiuiui Ich komm schon Ja, ist gut Wir haben die Maschine an Ich eile, ich eile, ich eile Ah Jawohl Das war wie bei Indiana Jones Ja Ja und perfekt dazu würde ich doch sagen haben wir jetzt damit das Folgenende erreicht Ich bedanke mich also wieder bei allen fürs Dabeisein und würde sagen bis zur nächsten Folge Auf Wiedersehen